Willkommen beim Lichtblitz von Watt24. Aktuelles und wissenswertes zum Thema professionelles Licht und rund um unseren Online-Shop. Und gleich zu Beginn wollen wir Ihnen den neuen Bereich in unserem Shop für landwirtschaftliche Betriebe vorstellen. Hier finden Sie passend zu jeder Anwendung genau das Licht, das Sie für Ihren Betrieb brauchen. Dazu gehört nicht nur die gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Unterstände für Maschinen und Geräte, sondern auch die tageslichtbasierte Lichtsteuerung für Stallungen sowie Staub- und wasserdichte Leuchten für Heu- und Strohballenlager. Natürlich beraten wir Sie gerne und helfen Ihnen bei der Planung. Auch für viele andere Bereiche wie zum Beispiel Schreinereien und Kfz-Werkstätten finden Sie in unserem Shop einen speziellen Bereich. Den Link zum Bereich für landwirtschaftliche Betriebe finden Sie hier oder alternativ unten in der Videobeschreibung. Für unseren heutigen Praxistipp gehen wir zusammen raus. Sie planen eine Terrasse oder ein Fundament für ein Gartenhaus und wollen dafür einen rechten Winkel ausmessen und das ganze vielleicht auf einer großen Fläche. Aber Sie haben keinen Winkelmesser. Dann haben wir folgenden Praxistipp für Sie. Messen Sie den rechten Winkel mit der folgenden einfachen Regel aus. Wenn bei einem Dreieck das Seitenverhältnis 3 zu 4 zu 5 ist, entsteht automatisch immer ein rechter Winkel. Dieses Verhältnis ist natürlich auf jede beliebige Größe erweiterbar. Also zum Beispiel 6 zu 8 zu 10 und so weiter. Gehen Sie also von einer Grundlinie wie zum Beispiel 6 Metern aus. An den Ecken befestigen Sie nun zwei Maßbänder. Gehen Sie mit dem Maßband der rechten Ecke 8 Meter nach vorne und nehmen Sie das zweite Maßband der linken Ecke mit. Führen Sie die beiden Maßbänder dann so zusammen, dass Sie sich bei 10 bzw. 8 Metern treffen. So können Sie zum Beispiel auch die rechten Winkel auf ganz großen Flächen überprüfen. Beispielsweise auf einem Fußballplatz. 3 zu 4 zu 5. Kommen wir nun zum Produkt der Woche aus unserem Shop. Dem Eiko EG DALI LED Highbay Strahler. Große Lager und Produktionshallen brauchen helles Licht für optimale Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig fressen aber konventionelle Lichtlösungen viel Energie und damit Geld. Moderne LED Alternativen wie der DALI LED Highbay Strahler von Eiko hier bieten durch geringeren Stromverbrauch und höheren Lichtstrom eine effiziente und kostensparende Alternative. Dieser Eiko LED Highbay Strahler hat einen sehr hohen Lichtstrom von 13.500 Lumen bei 100 Watt und ersetzt damit einen Halogen Strahler mit ca. 800 Watt. Außerdem ist der Strahler mit seinem IP65 Schutz sehr robust und ohne Bedenken auch für rauere Bedingungen zu empfehlen. Zusätzlich hat der Strahler eine DALI Schnittstelle und kann auch mit dem Lichtmanagementsystem von Casambi gesteuert werden. Dies erhöht den Komfort und kann den Energieverbrauch noch weiter senken. Den Link zum Eiko LED Highbay Strahler finden Sie hier oder alternativ wie üblich unten in der Videobeschreibung. So, das war's für heute. Im nächsten Lichtblitz stellen wir Ihnen die selbstimmenden Lampen von Farluma vor und wir haben natürlich wieder einen Praxistipp für Sie. Wenn Sie einen Wunsch haben, was wir in einem der nächsten Videos hier zeigen sollen, schreiben Sie es uns einfach unten in die Kommentarleiste dieses Videos. Und um keine weitere Folge mehr zu verpassen, abonnieren Sie am besten jetzt gleich kostenlos unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Lichtblitz.